Der 28-jährige Christian Bürger ist einer der ersten, die sich auf diese Reise gemacht haben. Ich hatte eine gute Freundin, die in den Westen ausreisen durfte. Und ich habe ihr damals versprochen, es wird nicht lange dauern, dann komme ich nach. Entweder ich bin tot oder ich bin auch drüben im Westen. Ich hatte drei Jahre Bewährung und ich hatte keinen Ausweis mehr. Ich hatte nur einen sogenannten PM12 und das war natürlich ein Keinsmal.